hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play white lands wir haben jetzt fast schon gut die hälfte von der diesem dorf hier infiltriert und ja und jetzt müssen wir halt schauen dass das ist weiterhin ok nichts passiert Das ist lustig, er ist äh... Wenn man uns sieht, also wenn wir quasi jetzt entdeckt werden, oder selbst wenn wir nicht entdeckt werden, sagen wir, wir schaffen es und werden nicht entdeckt, fällt es nicht auf, dass hier plötzlich sämtliche Wachen fehlen, beziehungsweise, also nicht fehlen, sondern tot sind? Ich meine, ähm, die Leichen verschwinden ja nicht einfach so. Okay. 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 Ähm... Explosions... Na gut. Ich schieße auf die Ärsche. Alle bereit? Feuer! Huah! Dann könnte man das ja gar nicht ähm... lautlos... machen, oder was? Das ist ja scheiße. Oh nein, die Rebellen greifen UNIDAD an, das ist... Der Tango ist hin. Die UNIDAD-Typen stehen auf Schießereien. Ich bleib hier drinnen. Leute, sammeln! In Bewegung! So... So... Äh... Ja, ich... Ich... Ich seh's. Hier ist irgendwo noch, äh... Eine Akte. Hier. Der weltberühmte Narkoro... Kokorido-Sänger... Äh... Jido. Sieht voll bescheuert aus. Ist sehr aktiv in den sozialen Nutzwerken. Er ist zum Idol der Latino-Jugend geworden. Schön. Höchst... Schön. Und, äh... Hude hell. So. Gut. Wir holen uns die Waffe. Holen uns, äh... Schnappen uns das Flugzeug. Und... Nichts wie weg. Komm. Danke. Äh... Hier gibt's irgendwo noch ADA. Klar. Gut gemacht. Wartet. Waffenkiste entdeckt. So. Und jetzt, äh... Waffen. Wollte ich schon immer haben. Leichtes Maschinengebär erschienen. Ja, naja. Ist jetzt nicht so der Burner. Aber es ist... Was ist es? Gut. So. Mal schauen, äh... Ich bin der Pilot. Wie es wird. Ich bin bereit. Mal was trinken. S&W ist nicken. Mh... Stimmt. Irgendwie war das so. So. Fliegen ist an sich nicht so schwer. Aber das Landen ist schwer. Oh. Übrigens. Habt ihr den, ähm... neuen Trailer, beziehungsweise Teaser für den neuen, äh... Flugsimulator? von Microsoft gesehen. Alter. Sieht der einfach nur geil da uns oder was? Das ist sooo... heftig. Wie der aussieht. Also... Ja, ich glaube, Ende 2020, äh... soll der rauskommen. Also, Ende nächsten Jahres. Auf jeden Fall sieht der Hammer aus. Äh... Natürlich, äh... ist der... da hinten drin. Boah. 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 Nein, 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 nein. Ohhhh. Uh... 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 Hey. Hey. Ey. Hey. Hey! Wecker, wecker. 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 Ich weiß, dass er anscheinend, äh... mit da vorne hinfliegen. Boah. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Ich dachte ja schon, das geht ja jetzt wieder kaputt. So, da vorne ist ein Hubschrauber. Genau gesagt, da oben. So. Sehr schön. Uh, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Das holen wir uns ganz kurz. Das da, wenn wir schon mal hier sind. Und dann gehen wir zurück hier hin. Was ist hier? Vielleicht das Maschinengänger. Ich weiß nicht so. Wir gehen da hin, da hin. Und dann da hin und dann da hin. Oder irgendwas anderes. Mal schauen. Warte, wo waren wir jetzt hin? Ich hab's nicht mehr hier. Hier hin. Warte, die sehen dich. Warte, die sehen dich. Ich hab' ein drittes Ziel. Wichtiges Ziel gesichtet. Sieht nach Toxicario aus. Zeit für ein Gespräch über seine Berufswahl. Okay. Einschüchtern. Nichts leichter als das. Juhu. Einfach schleichen. Einfach schleichen. Einfach schleichen. 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 Ja, hab' ich alles. Okay. So. Dann machen wir mal. Warte, ein, zwei, drei. Ah. Das sind nur drei. Geh in Position. Lass mich in Position. Geh in Position. Ziele fasst. Bin bereit. Ziel verloren. Ziel, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Und die könnte halt auch einfach herkommen. Na gut. Dann tüte ich sie. Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Der muss weg. Voilà. Die chillen da alle. Ist ja schön. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Alles klar. Geh in Position. Ah, der brennt da. Roger. Ich sehe das Ziel. Hab kein Ziel mehr. Das Ziel ist weg. Bewegt euch doch nicht. Okay, bin unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Suche eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Ziele fast. Bin bereit. Ziel verloren. Roger. Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Mein Ziel ist weg. Wie ist der so schnell aufgestanden? Sauber hier drüben. Scheiße. Entschuldigung. Äh, wie ist das? Das ist mega dämlich. Mega dämlich. In diesem Dokument stehen Route und Zeitplan des Konvois, der El Chilos Auto nach Bolivien bringt. Also los. El Chilos Auto, sein Markenzeichen, wird nach Oma Marka gebracht. Schnappen wir uns die Kiste und nehmen ihm seine Glaubwürdigkeit. Mal sehen, wie die Fensters finden. Sollen wir die zerstören? Ich fliege. Okay. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Ach, damn it. Das ärgert mich jetzt, dass ich den nicht getötet habe. Wie sollen wir den stehen? Stehen sie das Auto? Und er fährt hier entlang. Und dann gabbelt sich das Ganze ein. Sollen wir dann, äh, Sollen wir dann, ähm, ähm, Sollen wir dann einfach angreifen? Wahrscheinlich. Na gut. Und los geht's. Wir haben sie aufgescheucht. Feuer frei! Feuer frei! Bereit. Auf dein Befehl. Begleitfahrzeug wurde zerstört. Und da sind Unigatt. Und da sind Unigatt. Gibt Zeichen. Und da sind Unigatt. So, dann wieder rein. Hier kommt die Anna. Bereit, dreh auf. Oh, freeze. Das war scheiße knapp. Ich weiß nicht, ob der... Als ob die wissen, dass... Ja, okay. Wir haben einen ziemlich viel Radau gemacht. So, schau doch um den Camero. So, da vorne ist ohne das. Ja, das lief nicht ganz gut. Nicht ganz gut. Oh hey, wir haben das Auto. Äh, Entschuldigung. Oh hey. Und so ist natürlich wieder... Ein feindliches Auto fährt hinter einem befreundeten Auto. Ach so, ja, das ist nur so ein Sportwagen. Okay. Nein. Scheiße. So ein Scheiß. Ich glaube, wir holen uns keinen Helikopter dafür, sondern ein... so ein Militärfahrzeug. mit einer Gatling oben. Und... Und... Ja, ich glaube, da kann man den viel besser aufhalten. So, aber hier ist nur ein Helikopter und so ein Ding. Ich mach das. Ich fliege. Dann... Also, wir holen uns mal... Ah... Ah, das ist direkt da. Warte, ah... Wir haben keinen... Wir haben keine... Äh, keine... Keine Bewaffnung. Ein bisschen blöd. Die fahren ja wahrscheinlich wieder hier hin. Okay. Schau ich mal... Ob hier nicht irgendwo irgendein Auto steht. Ah, da unten ist von der Unitat was. Und da drüben auch. Aber... Der Helikopter da... Ich weiß nicht, ob der... Bewaffnung hat. Aber mal schauen. Mal schauen, ob der bewaffnung hat. Ah, wieder mit Einschüchtern. Setze Drohne ein. Dann schauen wir mal, ob wir dieses Mal den einschüchtern können. Ich sehe noch einen Tango. Zango Nummer 3. Und, äh, da ist noch irgendwo ein normaler. Es hat ja genau das, äh, selbe wie vorhin. Wo ist er? Hä? Hä? Wo ist er? Da, wo ist er? Wo ist er? Auf der Geist? Da, wo ist er? Also nochmal Und der hat Waffen Wir haben jemanden wachgerückt Wir leuten an Fleet Ein Unidad Vogel aufpassen Sofort weg Ich hätte den Sniper Was ist los, das ist ja viel zu spät Jetzt komm, ich klicke unter dir Danke Ich muss Hä, ne, ich Hä, jetzt halt Hä Los, auf geht Ich wette ein Wheelie hast du nicht drauf Ja, ich wette schneller Wiederbelegen hast du auch nicht drauf So Oh 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 Ja, da ist er jetzt noch, kommt Neu, sinkt tiefer, schneller, bereit für den Angriff, eröffne Feuer. Was ist jetzt, ne? Oh nein, nein, ich glitsche aus der Karte raus, nein. Ja, ich verliere gerade den Glauben. Was ist da denn los? Was ist das denn? Für haltereit. Oh Gott, ja. Ja, jetzt habe ich wieder die... Gut, also, keine Ahnung wo wir sind, mal schauen. Da sind wir, okay. Äh, ja. Ach Gott. Also, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.